Musik Schau mal, was sind sie denn da? Ah ja, schauen wir mal, Firi. Da graben sie einen Mann aus. Ja, hallo, grüß euch. Wir sind die Archäologen und wir machen da archäologische Ausgrabung. Was habt ihr denn da gefunden? Schaut, wir haben da einige Mauern oder zwei Räume von der alten Burg. Das ist die alte Burgmauer und in früheren Zeiten haben da Menschen gewohnt. Oder vielleicht war es auch ein Stall für die Kühe oder so. Das wissen wir leider noch nicht. Und wie geht es da jetzt weiter? Geht es da jetzt noch weiterkommen? Wir müssen jetzt, was der Kollege da hinten macht, die Mauern schön putzen. Dann werden sie fotografiert, dann werden sie vermessen und dann werden sie am Computer umzeichnet. Und wenn das erledigt ist, dann darfst du den Bagger wegreißen. Und dann schauen wir mal, was da drunter ist. Also ob vielleicht noch ein Keller drunter ist oder irgendein alter Raum noch. Das hört sich aber sehr interessant an. Es ist auch eine sehr spannende Arbeit, die wir da immer haben. Und wie lange dauert sie da jetzt noch graben? Nur mehr ein paar Tage. Also wir sollten die Woche mal mit dem Gröbsten fertig sein. Und nächste Woche kommt dann der Bagger und dem werden wir halt zuschauen, ob da drunter dann noch was ist. Danke, das ist unser Klärder. Wir wollen uns nicht mehr weiter stören. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020